Mein Name ist Andreas Metzenauer und ich bin bei Flottwik für den Bereich der pflanzlichen Milchalternativen zuständig. Flottwik ist als mittelständisches Unternehmen auf die Fertigung und den Vertrieb von hochwertigen Decanterzentrifugen spezialisiert. Mit über 80 Maschinen weltweit unterstützen wir unsere Kunden erfolgreich bei der Produktion der pflanzlichen Milchalternativen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch oder andere Nussmilchvarianten. Der Prozess zur Herstellung einer pflanzlichen Milchalternative läuft immer ähnlich ab. In dieser Folie wollen wir kurz die einzelnen Prozessschritte durchgehen. Zunächst wird das Rohmaterial mit Wasser angemaischt und fein vermahlen. Je nach Rohmaterial kann man diesen Prozessschritt auch überspringen. Anschließend folgt ein sogenannter Extraktionsprozess, bei dem man versucht, möglichst viele Inhaltsstoffe in die flüssige Phase, sprich die pflanzliche Milch, zu extrahieren. Bei stärkehaltigen Rohstoffen kommen dabei Enzyme zum Einsatz, die die Stärke in Zucker umwandeln. Ein wesentlicher Schritt ist anschließend die effiziente Abtrennung der extrahierten Pflanzenfasern mittels Decanterzentrifugen. Die Rohmilch nach dem Decanter wird anschließend, je nach Bedarf, noch mit Inhaltsstoffen vermischt, zum Beispiel Öl, Aroma oder Salz, homogenisiert, erhitzt und schließlich abgefüllt. Warum werden Decanterzentrifugen dafür benötigt? Decanterzentrifugen sind die effizientesten Maschinen, um die Rohmilch sauber und rein von den extrahierten Pflanzenfasern abzutrennen. Durch die hohen Gehkräfte wird eine maximale Klärung erreicht, kombiniert mit einer maximalen Entwässerung des Feststoffs. Dadurch garantieren wir Ihnen eine maximale Ausbeute an Pflanzenmilch. Außerdem sind moderne Maschinen nach den neuesten Hygienerichtlinien gefertigt und können problemlos in eine vollautomatische Anlage mit automatischer ZIP-Reinigung integriert werden. Worauf kommt es nun an, wenn Sie sich für einen Decanterhersteller und Decantertyp entscheiden müssen? Bei der Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen, welche später als Trink verkauft werden sollen, ist es entscheidend, dass möglichst große Partikel entfernt werden und möglichst wenig Restsediment in dem Trink vorhanden sind. Der Abscheidegrad hängt dabei einerseits vom Prozess, vom Produkt, aber natürlich auch von der Wahl der richtigen Decanterzentrifuge ab. Flottweg bietet seinen Kunden dabei ein großes Spektrum an verschiedenen Maschinengrößen. Unsere kleinste Maschine, die Z2E, kann bei 500 Liter pro Stunde perfekt in eine Pilotanlage integriert werden. Unsere größten Maschinen können mit bis zu 20 Kubikmetern pro Stunde erfolgreich betrieben werden. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei das hygienische Design der Maschine. Flottweg versucht dabei, so viele hygienische Aspekte wie möglich in die Konstruktion der Maschinen zu integrieren. Das sind beispielsweise Dichtungen, welche für den Lebensmitteleinsatz zertifiziert sind, produktberührte Materialien aus nicht rostenden Edelstählen, ZIP-Reinigungsdüsen in allen kritischen Bereichen, eine entsprechende Oberflächenqualität von maximal 1,6 Mikrometern für eine effiziente Reinigung, eine septische Flansche für Produktzufuhr und Ablauf der Rohmilch, hygienisch verschliffene Schweißnähte, eine hygienische Verschleißschutz basierend auf Stilidpanzerung, Schmierstoffe nach NSF H1 für den Lebensmittelbereich und natürlich das einzigartige Flottweg-Schellscheibensystem. Beim Flottweg-Schellscheibensystem wird die rotierende Flüssigkeit durch eine starre Schellscheibe unter Druck abgegriffen. Das reduziert einerseits die Schaumbildung und spart in einem anderen Fall eine zusätzliche Förderpumpe für die Rohmilch ein. Der Durchmesser der Schellscheibe kann während dem Betrieb verändert werden. Dadurch verändert man das Flüssigkeitsniveau in dem Decanter und kann so direkt Einfluss nehmen auf seine Produkteigenschaften. Durch eine Automatisierung der Schellscheibe kann außerdem eine Zippreinigung optimiert werden und man kann flexibel auf verschiedene Produkte während dem Prozess reagieren. Damit erreichen wir eine maximale Flexibilität und machen die Maschine einsatzbar für verschiedene Rohstoffe. Das seit über 20 Jahren eigens durch Flottweg konstruierte und gefertigte SimDrive-Getriebe ermöglicht es, die Differenzdrehzahl und die Trommeldrehzahl während dem Betrieb stufenlos zu verstellen. Durch eine automatische Drehmomentregelung arbeitet die Maschine immer am Optimum und garantiert so eine maximale Ausbeute an Rohmilch. Das 2018 prämierte Flottweg-Interface, Flottweg-In-Go, eignet sich hervorragend für die Bedienung der Maschine. Neue Mitarbeiter können problemlos und schnell eingearbeitet werden und man erhält unkompliziert Zugriff auf die benötigten Informationen der Maschine. Durch die hohen Prozesstemperaturen bei der Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen und durch die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln ist es notwendig, spezielle Dichtungen zu verbauen und auch geeignete Materialien, zum Beispiel für den Verschleißschutz zu verwenden. Für die hohen Prozesstemperaturen hat Flottweg ein Dichtungssystem für die Schneckenlager entwickelt, welches wir seit vielen Jahren im Einsatz haben. Bei abrasiven Pflanzenfasern wird die Schneckenmendel mit Stilidpanzerung hygienisch gepanzert und selbstverständlich verwenden wir für alle mit produktberührten Metalle ausschließlich nicht rostende Edelstelle. Oft erhalten wir die Frage, ob sie auch verschiedene pflanzliche Milchalternativen über dieselbe Maschine verarbeiten können. Dank des einzigartigen Schellscheibensystems von Flottweg ist dies problemlos möglich. Für weitere Informationen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Neben dem großen Maschinenportfolio bieten wir unseren Kunden auch individuelle Lösungen an. Das sind komplette Skitlösungen mit Ventilen und Feststoffabfuhrsystem, aber auch Versuchs- und Mietmaschinen, wo Sie sich direkt im Echtbetrieb von der Leistungsfähigkeit unserer Maschinen überzeugen können. Auch Spezialmaschinen wie zum Beispiel unser Sidi-Counter für sehr fein vermalene Produkte und Feststoffe können so getestet werden. Unser großes Service-Netzwerk in über 100 Ländern garantiert Ihnen schnelle Serviceeinsätze, individuelle Serviceprodukte, Mitarbeiterschulungen und viele weitere Produkte, wodurch Sie maximale Verfügbarkeit für Ihre Maschinen haben. Das garantiert, dass Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Ihre pflanzliche Milch für den Markt produzieren können. Überzeugen Sie sich selbst. Wir helfen Ihnen gerne weiter.